Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Left 4 Dead 2 mit dem Kraus-Zocker und dem Kinn. Hallihallo. Ähm, ja, letzte Mission von Hard Rain. Was hast du nur für einen komischen Rucksack? Den gleichen wie du. Aber warum redest du mit dem Coach und sagst, schug zu mir? Oh, ups. Äh, ich kann meinen Rucksack nicht sehen. Das ist ja jetzt doof. Na, wie auch immer. Lasst doch losgehen hier. Letzte Mission. Wir müssen es nur noch rausschaffen. Nur lediglich. Zusammenbleiben und überleben. Die Tipps sind immer so köstlich. Ah ja, wir haben ja hier erhöhten Schwierigkeitsgrad. Ich werde mal meinen Nachkampf scheiß lassen, ne? Ähm, wir haben erhöhten Schwierigkeitsgrad? Naja, schwer halt. Ach so, ja. Das ist für mich der normale Schwierigkeitsgrad inzwischen. Ja, nee, weil wir ja gestern zwischendurch noch ein bisschen was anderes aufgenommen haben. Eine andere Kampagne. Die hatten wir auch normal. Ach so, ja. Ah, jetzt weiß ich auch, worauf du hinaus willst. Hast du einen tollen Plan zur Verteidigung hier? Nee, ich würde weiter rennen. Ähm, na, wir müssen doch jetzt hier... Warum liegt ein Coach da schon rum? Wir müssen doch jetzt hier das Burgerschild anmachen und dann warten, bis das Schiff kommt. Was ist das denn? Na denn, hinter uns ist ein Haus, wie es aussieht. Häuser sind mal gut. Also, hauptsache irgendwas mit dem Muni-Haufen annehmen. Ja. Dann gucken wir, ob der Muni-Haufen oben oder unten ist. Unten. Unten. Oh, okay. Ähm. Da ist die Leiter. Ich hab hier... Spontan. Na, zweimal Half-Packs sind noch dabei. Noch hier mal vier. Also Half-Packs haben wir genug unten. Ja. Du bist ja oben. Boah, Pipe-Bombs. Ja, ja, hier oben ist das Ding zum Schild anmachen. Ja, aber wie bist du acht da? Oh, hier oben müssen wir noch mal pillen und gucken. Wollen wir erst mal hier oben sein? Und wenn es nicht mehr anders geht, einfach runterhüpfen? Können wir machen. Und holst du denn der von? Machen wir nicht so. Wollen wir... Ich bin safe. Aber ich hab keine schöne Waffe hierfür. Das mit der Sniper war keine gute Idee. Und hier liegt jetzt nur eine Pumpe. Mäh. Naja, müssen wir halt pumpen. Oder hast du noch was Automatisches gesehen hier? Ähm. Au. Nö. Ja, oben fällt mir auch gerade auf, sind wir bewegungsfreier, ohne das ganze Wasser. Nur vorne im Häuschen halt ich noch, wo wir angefangen haben. Kannst du ja nochmal zurückgehen. Ja, da will ich aber nicht zurück. Jaja, sicher doch. Alle hopp. So. Naja, zünd den Knaller. Ab geht er! Burger time! Was liegt hier oben? Boomer und einmal P. Und wo kommen sie denn? Äh, na, bisher von da, wo wir herkommen gerade. Aber ich glaube, die kommen im Endeffekt dann von allen Seiten. Aua! Manu! Oh, Coach, du dummen Beutel. So, das war ja leicht. War nur der Anfang. Tank! Oh. Ich weiß nicht, ich habe nur seine Schritte gehört. Ich glaube, von vorne hier, also, von vorne ist gut. Geil, mit dem ganzen Wasser, da ist er. Ja, hau ich den Molli jetzt auf den Boden, oder nicht? Nee, wir lassen ihn hochkommen, ne? Da ist er. Oh, das war nicht gut. Warum nicht? Voll ich gebrannt habe. Ach so, aber man brennt ja immer nicht so lange, wie der Tank. Oh, ich brenne schon wieder, ey, ich Idiot. So. Das war doch souverän jetzt. Ich bin schon versucht, noch einmal kurz runter... Ja, wenn hier gerade nichts los ist, gehe ich kurz runter nach dem Mund. Ja, ich komme. Oh nein, Jockey. Oh, phew. Ach so, ich wäre sonst jetzt wieder hoch. Oh, Dings. Au. Wir haben ihn gerade gehört. Da hat er mich auch schon vollgestürmt. So. Gehen wir wieder hoch? Moment. Ich muss noch nachladen. Bin nicht dazu gekommen. Oh, hast du nicht, okay. Ah, ich bin ja auch ein dummen Beutel. Na, egal. Würde mich auch mal kurz heilen. Amüsiere er sich. Weil einfach mal Zeit ist. Irgendwie kommt mir das mir gerade ein bisschen gammelig vor. Ja. Hast du wirklich Schwierig das gerade hochgestellt? Ich glaube schon, ich gucke mal kurz. Ja. Ja, ist er fortgeschritten. Komik. Ist das schon wieder ein Tank? Ja. Es ist wieder ein Tank. Kommt wieder aus der Richtung. Kommt der, jo. Stirb, du Bengel. Der nächste, falls noch einer kommt, kriegt nur Boomer-Kotze ab. Oder wann unten noch Mollis? Äh, ich hab da keine gesehen, nee. Nee, Pipes und Boomer-Kotze. Seid ihr unten? Achso, Dings und Bums sind unten. Na, komm, dann gehen wir auch mal runter. Da kommt auch schon der nächste. Was soll denn die Rohrbomben-Scheiße jetzt? Ich hab den ja extra voll geboomert. Ich hatte gehofft, dass ich ihn... Warum häng ich mir? Ich hatte gehofft, dass ich das nicht zu weit werfe, dass ich... Hilfe ist da. Ah. Coach retten, nee, wa? Nö. Weiß ja, der Neger muss sterben. Hast du auch recht. Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht groß gemacht. Hätten wir eh nicht mehr rechtzeitig geschafft. Das war jetzt echt souverän hier? Jo. Hm. Das hätten wir auch wieder auf Experte machen können. Nimm den Mund nicht zu frei. Ähm, ja, nee, das mit der Pipe gerade tut mir leid. Ich hatte eigentlich gehofft, ich kann die so werfen, dass er dann mit drauf geht. Aber, naja, Pech. Dumm. Was, der Tank? Ja, na, dass er auf jeden Fall Damage davon kriegt, dass er davon instant stirbt. Nicht, war mir bewusst. Ja gut, das... Oh, der ist auch... Zweimal außer Gefecht gewesen, der hat's verdient. Das schwächste Glied halt. Ja, okay. Wunderschön, neue Kampagne fertig. Ähm, bei der nächsten Kampagne dürft ihr euch auf einen Neuzugang freuen. Wenn der Finn hier schon nichts erzählen will, dann mache ich das. Und wenn wir von Left 4 Dead 2 die ganzen Kampagnen durchhaben, werden wir mal ein kleines Special einschieben und dann die von Left 4 Dead 1 weitermachen. Dann freuen wir uns aufs nächste Mal mit euch und Schiff Ahoi. Tschüssli Müsli. Ja, besser hätte ich es dir auch nicht sagen können. Warum hätte ich es dann machen sollen? Also, tschau'sen.